Kennst du das? Nein, ja. Ja, nein. Also. Hey Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, beziehungsweise von uns. Wir haben gerade noch ein Foto gemacht und dann dachte ich mir, weil wir sonst immer, wenn wir irgendwo hingefahren sind, einfach so Playlisten immer angemacht haben im Lied und dann haben wir geguckt, wer weiß zuerst quasi, welches Lied das ist, so nach ein paar Tönen schon. Und dann dachten wir einfach, dass wir das jetzt spontan mal als Video machen. Wir sitzen ja gerade im Auto. Das ultimative Battle. Rie gegen DJ. Songs erraten. Ja, weil das sind ja gerade so Songs, die so schon ein bisschen älter sind und eigentlich war ich da mal besser. Aber gucken wir mal, wie es diesmal ist und schreibt auf jeden Fall auch mal in die Kommentare, wie viel ihr direkt erraten hättet. Und wenn euch das Video gefällt, vergesst nicht, dem Video ein Däumchen nach oben da zu lassen. Abonntet auch sehr, sehr gerne meinen Kanal, dann verpasst ihr keine weiteren Videos. Also, kurz zu den Spielregeln. Ich spiele einfach gleich hier über Spotify Random Lieder einfach kurz an und dann nach ersten Sekunden mache ich direkt auf Pause und dann müssen wir ja erraten, welcher Song das ist. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Was? Ich kenne das nicht. Hey, warum ist das hier drin? Das ist doch wie jetzt neu. Stopp! Stopp! Unfadeful von Rihanna. Ja, okay, lass schauen. Leute, Marie, die wird das eh schon. Ja, komm, das erkennt man. Das war's aber. Das erkennt man. Das erkennt man doch direkt. 1,0 für dich. Warte. Ich kenne das nicht. 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 Hä? Warte. Eminem, When I'm Gun. Ich dachte, das war ein anderes, aber das kennt man doch. Ja, okay. Piano, Eric Britz. Das ist eher was für dich. What the fuck? Ja, das kennt keiner von uns. Das ist... Hey, wir hatten doch letztes Mal... ...so ein... ...lo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Echt? Aber hast du's gesehen? Enrique Iglesias. Hero. Das kennt man doch. Ja, I can be your hero, baby. Das kennt man doch. Daniel, kennst du das nicht? I can kiss the light. Okay. Kennst du das? Nein, ja. Ja, nein. Leute, kennt ihr das? Schreibt mal in die Kommentare. Was steht jetzt? Egal, wir splenden. Ist egal, wir blenden sein. Stopp. Ja, Backstreet Boys. Das ist doch nicht Backstreet Boys. Ja, Wonderwall. Ja, klar. Ja, aber das ist doch nicht Backstreet Boys. Oh, ey, das ist so scheiß weg. This is not... You remind me Nickelback. Ja. How you remind me Nickelback. Ja, aber das war richtig. Next track. Dim, dim, dim. Ist das nicht pink? Ja, ich glaube auch. Ja, nein. Ich weiß nicht, wie das nochmal ist. Aber es ist pink. Try. Try. Ähm. Ah, ah, Fallon. Fallon River ist hier. Lickly, oder wie heißt das? Genau. Was ist das? Oh, das war gut. Hier, stopp. Who's gonna save the world tonight? Sweethouse Mafia. Ja. Black Eyed Peas just can't get enough. Mal ganz random hier. Boom. Ähm. Ja, Robbie Williams. I just wanna feel. Real. Ja, das ist Robbie Williams. Just wanna feel. Heißt das, glaube ich. Er kriegt jetzt den Punkt. Du wahrscheinlich. Okay, wir können ja einfach sagen, wer jetzt die nächsten drei rät. Hat gewonnen. Das ist, stopp, Lally Furtado. Aber wie heißt das? Oh, why do I get rid of them? Stopp, 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 Maroon 5, She Will Be Loved. Ich bin mir zu einem Millionen Prozent sicher, weil das Lied war immer bei Vampire Diaries. Ja. Fine. Next one. Ja. Ja, ist Angel, Robbie Williams. Aber du hast es auch erkannt. Stopp. Stopp mal kurz. Close your eyes. Ist das das? Give me your... Nicht sagen, warte, ich sag erst, wie die heißen. Eternal Flame. Ist das Eternal Flame? Ja. Aber ich weiß nicht, wie die heißen. Atomic Kitten. Ja, aber es ist einfach Eternal Flame. Oh mein Gott. Weißt du? It's the most very nice. Leute, alle, die die Singster früher mal gespielt haben und das Lied da gesungen haben, einmal in die Kommentare schreiben. Okay, letzter Punkt, der entscheidet jetzt, oder was? Ja, also du müsstest noch zwei aufholen. Also wenn ich jetzt richtig hab, dann... Ah, stopp, 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 stopp. Das ist nie... Oh, Just a Dream von Nelly. Das war das. Just a Dream, man sieht mich nicht. Herzlichen Glückwunsch, Marie. Du hast diese Challenge gewonnen gegen den DJ. Mit Liedern, die du selber kennst. Ja gut, aber eigentlich bin ich noch besser. Also ich bin nicht zufrieden, muss ich sagen. Ja. Müssen wir vielleicht nochmal machen. Das haben wir echt einmal gemacht, wenn wir lange Autofahrten hatten, gerade abends oder so, weil es dann einfach interessant ist. Gibt's ja dieses Jahr leider nicht. Aber schreibt mal in die Kommentare, wie viele ihr wusstet, ob ihr viele wusstet. Du meinst so einen Roadtrip, ne? Genau, so einen richtigen Roadtrip. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, beziehungsweise wenn ihr es unterhaltsam gefunden habt, dann lasst uns gerne ein Deutchen nach oben da. Abonniert sehr, sehr gerne den Kanal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder, oder? Was geht, Mollik. Tschüss.